Max Kusel, die Enttäuschung ist sicherlich sehr, sehr groß. Das war heute, fand ich, insgesamt zu wenig, oder? Ja, gut zusammengefasst. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Insgesamt war es wirklich zu wenig. Viel zu wenig versucht, spielerische Lösungen zu finden. Man versucht, nur auf den zweiten Ball zu gehen, wie wir das gegen Leipzig gut gemacht haben. Aber es war ein anderes Spiel als heute. Und ja, dann hat es am Ende halt nicht mehr gereicht. Von außen ist das immer sehr, sehr leicht gesagt. Wieso spielt ihr so viele lange Bälle? Vielleicht mal die Insights von der Person auf dem Platz, von Ihnen. Warum ist das so? Ja, das jetzt zu beantworten, mache ich lieber nicht. Das ist Aufgabe vom Trainer, was er sich da vorstellt, auf die langen Bälle bezogen. Aber wir haben ja eigentlich auch einen robusten Spielermittel vorhin drin, der die Bälle festmachen kann. Von daher ist das unser Spielmittel. Aber natürlich dürfen wir da nicht vergessen, dass wir auch mit dem Ball Fußball spielen wollen. Und ja, das müssen wir dann die nächsten Spiele wieder...